Hallo und herzlich willkommen. Ich bin hier auf der Gamescom beim EA-Stand von FIFA 17 und ich konnte das Spiel jetzt eben so ein bisschen anspielen. Und ja, ich würde euch jetzt mal hier mal ein Fazit sagen, wie ich das Ganze so fand. Ich konnte es jetzt auf jeden Fall so eine Stunde ungefähr spielen, oder ich habe es auf jeden Fall eine Stunde ungefähr gespielt. Und ich kann euch nur eins sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, das Spiel mal anzuspielen und sowieso FIFA-Zocker seid, macht es auf jeden Fall. Spätestens Mitte September kommt ja die Demo raus. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, für mich ist das seit dem neuen Next-Gen-FIFA, also was war das, FIFA 12 oder so, ist das der größte Sprung bei FIFA, den es gegeben hat. Alleine einfach wegen der Engine, der Optik, weil die Spieler und so, das sieht einfach alles viel besser aus. Die Zuschauer-Animation, die Zuschauer, sieht viel besser aus. Aber auch vom Spielfeeling her, es hat sich extrem viel geändert. Man muss sich erstmal wirklich wieder extrem dran gewöhnen. Und ich habe einfach das Gefühl, es läuft wirklich nochmal super geschmeidig. Und ich habe das, also die Animationen sind halt auch besser geworden von den Spielern. Das merkt man einfach, dass die Engine da wirklich viel mehr kann. Für mich ist auch so das Ding, dass FIFA jetzt viel körperbetonter das Ganze sich spielt. Und Pace, ich sage das jedes Jahr, aber es ist wieder diesmal so, dass man das Gefühl hat, Pace ist gar nicht mehr so das Wichtige. Diese körperbetonten Spiele im Mittelfeld und so, das ist extrem wichtig und anders geworden. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die Laufwege von den Spielern einfach vorne im Sturm, viel mehr, jetzt muss ich mal platzen mal hier, dass die Laufwege im Sturm viel besser geworden sind. Also die KI, die sieht dann so Lücken und rennt da rein. Und dann kannst du einfach einen Pass in den Lauf machen und machst das Ding rein. Das läuft wirklich extrem gut. Ich kann ja jetzt mal hier so ein bisschen, dass ihr auch noch den Stand im Hintergrund so ein bisschen seht. Gut, dann ist das Licht nicht mehr so gut, aber passt schon. Ja, also das ist auf jeden Fall viel besser geworden. Da könnt ihr euch mal selber dann vielleicht auch ein Bild von machen, wenn ihr auf der Gamescom seid oder die Demo dann spätestens anspielt. Aber das wollte ich euch schon mal sagen. Es sieht auf jeden Fall viel besser aus. Und das, was die so gesagt haben, was jetzt noch neu ist, kommt für den Ultimate Team Modus. Das macht auf jeden Fall extrem Bock auf mehr. Es soll beim Ultimate Team Modus ja so einen neuen Modus geben, dass man ein Team-Bild bauen kann und dafür dann Belohnungen bekommt. Und da gibt es irgendwie immer wieder neue Herausforderungen. Und dann gibt es noch so einen neuen Championship Modus, wo man regelmäßig spielen muss, damit man dann in der Weltrangliste oder so in der Rangliste auf jeden Fall weiter nach oben kommt. Da konnte ich jetzt aber noch nicht viel genaueres drüber sehen. Das zeige ich euch dann nochmal, soweit es da mehr Infos gibt. Vielleicht sind die jetzt auch schon draußen parallel, aber ich konnte es jetzt hier noch nicht antesten, anschauen genau. Auf jeden Fall erst mal so mein Fazit, dass FIFA mit der größten Änderung, so den größten Neuerungen seit langem, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Mir hat es richtig Spaß gemacht. Ihr könnt mal, wenn ihr es getestet habt, eure Meinung auch in die Kommentare reinschreiben. Ich hoffe, man kannte mich verstehen. Dann verabschiede mich hier von der Gamescom, vom EA-Stand und sage Tschau! Ich habe meinen Termin noch nicht so früh. Guten Tag!